Radfern und Meer – Europas schönste Regionen per Rad entdecken Mein Name ist Claudia Reiter und ich bin gemeinsam mit dem Geschäftsführer Manfred Traummüller für die Gestaltung der Radtouren verantwortlich. Hinter uns steht das Team der Donautouristik, Europas größter Radreiseveranstalter. Bei Radfern und Meer finden Sie Radurlaube mit hoher Qualität zum sehr günstigen Preis und eine große Vielfalt an Raddestinationen in ganz Europa. Zum Beispiel in Norwegen am Oslofjord, in England auf dem Thämseradweg oder in Frankreich ohne Italien. Klassiker sind der Bodensee und die Donau. Sie haben die Auswahl zwischen klassischen Radreisen von Ort zu Ort mit Gepäcktransfer oder einer sogenannten Sternradreise, wo Sie die ganze Woche im selben komfortablen Hotel wohnen und in bequemen Tagesetappen per Rad eine Urlaubsregion in alle Richtungen entdecken. Ein ganz besonderes Erlebnis ist Urlaub mit Rad und Schiff. Zum Beispiel auf unserem eigenen Donaukreuzfahrtschiff, der MS Primadonna. Gemütliches Radeln auf ebener Strecken und die MS Primadonna wartet schon im nächsten Ort. Gruppenreisen mit einem professionellen Guide gehören ebenfalls in unserer Repertoire. Lust auf Radfern und mehr bekommen? Dann kostenfrei den Katalog bestellen unter www.radfern.com und schmökern. Geräusche